So Freunde, um euch mal ganz kurz zu zeigen, wie groß Roseball tatsächlich ist, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ganz kurz den Parkplatz, wie das Ganze hier aussieht. Darum habe ich euch immer gesagt, Roseball Fremarket ist einer der größten Fremarkets, die es hier gibt. Der ist geisteskrank riesig. Da hinten ist das. Wir gehen gleich mal hin. So Freunde, habe ich euch enttäuscht von der Größe? Ich habe es geahnt, aber wir werden sehr, sehr gleich überrascht werden, glaube ich, was die Menge der Menschen angeht. Ja, ja, es ist hart. Guck mal, du fährst hier, du fährst hier die Straße entlang. Es geht hier bestimmt noch mal ein Kilometer noch dahinten. Ey, später wird hier alles voll sein. Glaubt ihr mir gar nicht. Dennis, habe ich dich enttäuscht mit der Größe? Du bist gespannt? Es ist so. Aber das Ding ist, du darfst halt nicht vergessen. Hier gibt es nicht nur Klamotten, hier gibt es alles. Ne, ohne Spaß. Guck mal hier, wie dieses Ganze ist. Egal, genau, niemals. Hör auf. Ja, ganz kurz. Ey, es ist fucking warm. Ich habe Mütze wieder aufgesetzt, weil ich habe Angst, dass ich wieder einen Sonnenstich kriege, wegen meiner OP. Ihr wisst, Haartransportation. In den ersten Tagen, als wir hier ohne Cap gelaufen sind, ich hatte einen miesen Sonnenbrand und war nicht ganz gesund. Guck mal, hier hinten sind einfach die Hills. Wunderschön. Echt schön hier. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich freue mich übertrieben auf Rose Bowl. Ich denke mal, ich zeige euch mal ganz kurz ein paar Aufnahmen, wie es dort aussieht und mal gucken, ob wir heute was finden. Ich habe heute auf jeden Fall, ich bin ausgeschlafen, ich bin fit, ich muss heute geile Pieces kaufen. Das ist das Ziel, Freunde. Und übrigens werde ich für euch auch was mitnehmen. Ich habe euch hier gesagt bei meinem letzten Instagram-P-Post, derjenige, der kommentiert, der wird vielleicht die ein oder andere Levi's Vintage von mir geschenkt bekommen. Und ja, okay, let's go. Übrigens in meinem letzten Video, als ich vor zwei Jahren hier war, bin ich von drüben hier rüber gelaufen und dann habe ich dort dieses Ticket gekauft. Da bin ich gelaufen. Ja, normal hier bestimmt 10 Dollar. Also ich glaube, ganz kurz, Eintritt hierfür ist, glaube ich, ungefähr 12 Dollar pro Person. Ist auch ganz komisch, wenn du von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens kommst, ist der Eintritt 20 Dollar. Wahrscheinlich, damit du da hier die ganzen Schnapper machen kannst, damit dir keiner was wegkauft. Von 9 Uhr bis 15 Uhr. Dieser Fliebmarkt geht nur bis 15 Uhr. Leider. Da kostet das Ticket 12 Dollar. Ja, ich bin so gespannt, ey. Digga, was ist das hier für eine Menge? Geile Location, oder? Geil, das ist krank. Geht los. Es geht los. Schon mal entspannte Country Music. Ja, man merkt auch hier so die Leute. Guck mal, dieser Typ hier, wie cool der einfach angezogen ist. Man merkt einfach so, die haben alle irgendwie ihren eigenen Style. Jeder ist irgendwie individuell. Der Typ ist einfach cool. Okay, da ist es vorhin. Pa, Rose Bowl. Erstmal ein Ticket. Ach, Scannen. Hätten wir gleich online machen können eigentlich. So sieht das aus. Wir können einfach nicht reinkommen, weil wir keine Tickets kaufen können. Es ist gerade einfach das Problem, du musst das Ticket kaufen mit deinem Barcode. Und dann kommst du auf die Seite. Aber hier ist einfach unser Netz komplett überlastet. Denn es ist der Einzige, der gerade durchgekommen ist. Und es versucht dann, oh, Kreditkarte hier. Versucht dafür, uns Tickets zu kaufen. Diese entspannte Musik. Einfach zeitlos. Was hast du eigentlich an? Kann man ein bisschen was zeigen. Die eigentlich gar nichts... Ist das rude? Sample? Nee, das ist keine rude Sample. Das sind vintage Pans. Viele danach gefragt. Sie wird aber als Farbreferenz dienen. Für Ruth. Okay. Weil die ist halt um dich gefickt. Die habe ich schon eine Weile. Und die hat jetzt perfektes Fade erreicht. Also jetzt ist sie perfektes Fade. Weil am besten ist halt, wenn du natürlich Referenzen hast, die unique sind und über das alte gealtert sind. Über das alte gealtert sind. Und die ist jetzt perfekt. Die wird quasi zur Rude Pans. Ansonsten Summer. Das ist auf jeden Fall Summer. Na ja, klar, ne? Das ist ein bisschen so ein bisschen Turtleneck-mäßig. Und ist ein Piqué-Stoff. Also ist ein Polo-Stoff. Geil. Sieht man so ein bisschen. Kriegt so ein bisschen edleren Touch, oder? Ja, sehr schick. Ein bisschen schicker. Schick, schick. Baggy. Klassiker. Die möchte ich haben und die Toadbag. Die Toadbag ist krass. Toadbag ist krass. Die schwarzen sind jetzt unterwegs. Ja, Jungs, jetzt hören wir was. Jawohl. Jetzt brauchen wir die App. Die müssen wir laden. Oh. Ja, Jungs. Geil. Geil gemacht. Zeig mal von hinten. Was ist das für eine? Ich weiß, ich hätte aber nicht da. Aber sehr schlimm eigentlich, ne? Ja, okay. 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 So, I'm off. You're listening. Hey, hier geht es schon sehr gut los. Geil. Sehr nice Denims. Oh, vintage Schilfiger. Wild. Geile Bleichung. Ich habe eine Hose gekauft, eine Dickies. Sehr wilde Waschung. Oh, die ist sehr, sehr schön. Crazy. 100 Dollar. Auch sehr wild. Nice. Sehr clean. Ja, Bro. Aber guck mal, die hier gefällt mir richtig. Hast du mal probiert? Nein, ich probiere jetzt mal kurz. Ich habe einfach eine Jacke gefunden, die hat so eine krasse Waschung in echt. Aber leider, 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 leider ist sie mir zu klein. Fuck. Ich könnte kotzen, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man so eine Kamera sieht, ne? Aber dieser Fade. So clean. Schade. Also, wie ich ja gesagt habe, es gibt ja hier nicht nur Klamotten. Es gibt halt wirklich so alles, alles, was man sich denkt. Mit jeden Scheiß. Antikes. Kleidung. Yeah. Aha. Dennis hat gerufen. Was hat Dennis gefunden? Lederjacke? Nein, ist keine Leder. Künstler. Wie geht es um dieses Geräte? Packers. Sieht gut aus, Bro. Ne, die sieht gut aus. Die sieht echt gut aus. So, ich habe schon was gekauft. Ich habe einmal diese Dickies hier. Sehr hard distressed. Mir gefällt sie vor allem von hinten. Was sagt ihr? Sieht gut aus. Wasch. Farbe. Farbe ist geil. Von vorne ist halt einfach ein bisschen zu tief gerippt. Ich feier es trotzdem. Dann habe ich eine Übertriebenkasse Dickiesjacke gekauft, etwas cropped geschnitten. Die ist nötig. Die ist hart, ne? Guck mal, diese Waschung. Klar noch. Feier ich extrem. Feli, Feli. Aha. Für Familie, für meinen Schwiegervater. Georg, grüße gehen raus. Einmal dieses Kerlischild. Ansonsten, Lennis, zeig mal du. Mit Packers, das habe ich gekauft. Ich fand sie vom Schnitt, der sehr geil ist. Sehr, sehr used. Aber geiler Schnitt. Der Schnitt war wirklich gut, ne? Das ist aber Kunstleder, ne? Ja, ja. Du hast noch nichts gekauft. Ich habe noch nichts gekauft. Ja, wir haben jetzt erstmal was trinken, was essen. Der Fliemark hat noch ungefähr zweieinhalb Stunden offen. Ich suche das Piece, weißt du? Das Piece. Ich muss ehrlich sagen, ein T-Shirt ist hart. Das ist überladend. Zeig mal einfach mal kurz. Das ist nur so ein Viertel, ne? Was man da sieht. Neh mal. Das geht ja bis dahinten. Wert, 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 Wert. Die Blüben ist so die Main, also der Mainplatz. Das ist auch mal eine schöne Diet Coke. Aber ich glaube, hier gibt es ja auch was nice. Essen gibt es ja auch. Komm, lass doch auch essen gleich, oder? Ja, ich habe auch richtig Hunger. Hottidoki. Let's go. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Zeig mal von hinten. Das wird sein, ne? Ja, ist das so gut. Das sieht schön aus. Geiler Fade von der Waschung. 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 nicelyasıtet ." Geiler Fade von aus. Geiler Fade von der Waschung. Geiler Faseung. Geiler vai divertieren interesse. Hö sig. Geiler Fade von der Ischung. Geiler Fade von der Waschung! ok unsere area bro jetzt geht's los jetzt geht's los wir sind schon seit über eineinhalb stunden und das ist so der vintage bereich der tatsächliche mit dem vintage stuff jetzt geht schon mal hier übrigens habe ich etwas nice gekauft na guck mal das jahr das sieht cool aus der gefällt mir ich hängs mal bisschen sehr schön wow das hat ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh süß! Oh mein Gott! Ey, ich glaube ich kaufe die für Baby! Die ist ja mega süß! Racingjacke! Die ist ja mega süß! Bis zum nächsten Mal. 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 Los geht's. Bis zum nächsten Mal.